Alle Fluggesellschaften auf der Welt haben das Ziel, jede einzelne Maschine möglichst effizient zu nutzen. Um so schnell wie möglich wieder unterwegs zu sein, sind kurze Standzeiten an den Airports zu erzielen. Bei der Abfertigung der Flugzeuge kommt der Ladecrew deshalb eine besondere Verantwortung zu. Nachdem die Motoren ausgeschaltet sind, fährt das Fluggasttreppenfahrzeug heran. Der Fahrer muss dabei besonders Acht geben, dass die Treppe nicht mit dem Flugzeug kollidiert, denn Beschädigungen des Flugzeugrumpfes mit seiner Aussenhaut aus Aluminium oder Kohlenstofffaser verstärktem Kunststoff führen sofort zu Verspätungen, die teuer sind. Für einen sicheren Betrieb und zum Schutz der Investitionen hat IFM das patentierte 3D-Sensorsystem O3M entwickelt, um mit zukunftsweisender Technologie eine anwenderfreundliche Bedienung von Flughafenvorfeldfahrzeugen zu garantieren. Der O3M erfasst mit über 1000 Einzelmessungen präzise das Umfeld vor dem Fluggasttreppenfahrzeug oder dem Förderbandwagen für das Laden von Gepäck. Er wird so zur Positionier- und Andockhilfe, die auch die Steuerung der Fahrzeuge bis zur automatischen Abbremsung unterstützt. Mit insgesamt 64 Regions of Interest, also einzelne Bereiche, deren Abstände überwacht werden sollen, können selbst anspruchsvolle Applikationen schnell und einfach umgesetzt werden. Das bedeutet viel Sicherheit für die Mitarbeiter und optimierte Standzeiten für die Fluggesellschaften.